Wir suchen mutige Entdecker. Wir schätzen globale Vordenker. Wir fördern weltoffene Pioniere. Um gemeinsam Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit zu finden und um Wissen für unsere Gesellschaft sichtbar zu machen. Danach streben wir grenzüberschreitend und vernetzt. So eröffnen wir Studierenden, jungen Wissenschaftlern und herausragenden Professoren einzigartige Perspektiven. Es sind exzellente Forschungskluster, in denen internationale Teams zusammenwirken. Sie stellen sich fächerübergreifend den brennenden Fragen unserer Zeit. Globalisierung, Klimawandel und Finanzkrise. Ein einzigartiges Labor der Geistes-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Ein Magnet für Experten und Nachwuchswissenschaftler aus der ganzen Welt. Es ist ein inspirierender Ort der Begegnungen. Es ist der Ort, an dem wir den Blick für das Leben schärfen. Es ist eine dynamische Welt des Lernens, der Lehre und der Forschung. International führende Wissenschaftler der Lebens- und Naturwissenschaften sind Impulsgeber für Erkenntnisse und Technologien von morgen. Der junge Campus Riedberg hat die optimale Atmosphäre für diese innovative Spitzenforschung. In den biomedizinischen Wissenschaften entwickeln unsere Experten Therapiekonzepte für die Tumorforschung und die Behandlung von Herz-Lungen-Erkrankungen. Schon jetzt sind das weltweit einzigartige Errungenschaften. Dieses Wissen eröffnet Chancen für Heilung und Gesundheit. Den ganzen Menschen individuell im Blick verbinden wir hier an einem der modernsten Zentren universitärer Medizin Europas anwendungsorientierte Forschung und Lehre mit medizinischer Versorgung auf höchstem Niveau. Unser Streben nach Freiheit, Eigenständigkeit und Originalität ist untrennbar verbunden mit dem Geist der Universitätsgründer. Brillante Vordenker und herausragende Pioniere legten hier in Frankfurt einen Grundstein für Fortschritt und Moderne. Die Goethe-Universität ist heute eine der größten Universitäten Deutschlands. Wir wollen jungen Menschen unsere Leidenschaft für die Wissenschaft weitergeben. So bieten wir den Entdeckern von morgen, den Vordenkern von übermorgen die Basis, um eigenständig, interdisziplinär und interkulturell das zu entdecken, was heute noch in den Sternen steht. Goethe-Universität Frankfurt Das heißt, wir wollenAA-Universität in der Tür. Wir wollen zägen in den dritten RUT. Nummer 2.